Faszinierend. Kann man einfach zurücklaufen, theoretisch? Ne, da hinten ist zu jetzt. Naja gut, wir wollen ja weiter voran. Es ist interessant, dass die gleich so ineinander übergehen. Ja, bedrohlich, wie er gegen die Wand läuft, ne? Drücken Sie Arme, einen Gegner anzuwiesen und Spezialaktionen wie Adrenalin-Moves und Kopfschlöße auszuführen. Wenn sich ein wütender Gegner auf sich stürzt und das Bild verschwimmt, bewegen Sie sich in eine beliebige Richtung und drücken Sie Umschalt, um einen Adrenalin-Move auszuweichen oder mit einem Adrenalin-Move auszuweichen. Bleiben Sie dabei in sicherer Entfernung, okay, um diesen erfolgreich auszuführen. Bin ich mir gespannt, wie das funktioniert. Okay. Ja, Spiel, ich hab's kapiert, hallo. Hallo? Äh, komm! Das Spiel ist ein bisschen buggy, oder? Ich weiß nicht, ob es jetzt... Boah, da es liegen könnte, aber... Ey, das nervt mich ein bisschen, ja. So... Irgendwie... ... das war gerade nicht so geklappt mit dem Adrenalin-Modus, ne? Also ja, ich hab jetzt so... ... verstanden, wie es potenziell funktioniert. Die Stadt Wilkabamba! Ist doch so ungewohnt, dass uns nicht die ganze Zeit hier die beiden Typen da... ... ne, wie hessen sie? ... äh, Sip und... ... Alistar, ne? ... uns das Ohr voll labern. Ist fast schon gespenstisch, ne? Ach, komm. Ja, nicht essen, ich schmecke nicht. Also irgendwie ist das ja super buggy, keine Ahnung. Also das war wieder... ... naja. Aber hey, Wilkabamba, schick! Schick, schick, schick. Hier lässt es sich doch wohnen. Oder leben. Jetzt! Das haben wir noch mal. Ich will es auch mal schaffen mit diesem Modus, ja. Er kommt auf mich zu. Hat nicht funktioniert. Ja, ausweichen mit... Ich hab das schon verstanden. Ja, warte mal, das war jetzt... ... nicht schön. Dann ertrink ich mal kurz. Ja, jetzt ertrink mal kurz. Ich will noch mal gegen den... ... äh, Affen, wollte ich sagen... ... gegen den Bären kämpfen. Oh, sehr klares Wasser dafür, dass es so ein alter Untergrundtempel ist. Wurde man ja... ... vermuten, dass das was vielleicht etwas drüber wäre, aber... ... ist es nicht. Ja, Lara ertrink mal. Schnell. Weile dich mal bitte mit dem Stern. Nichts Persönliches. Ach, die Arme, ey. Oh Gott, ey. Das ist... ... ein erbärmlicher Tod hier, die Arme. Ja, aber ich muss das ja mal üben mit den... ... Bären. So, komm mal her. So. Ah, jetzt. Ah, perfekt. So geht das. So geht das. Jetzt hab ich's ja. Jetzt hab ich's, so. Dann mal auf ins Wasser. Würde ich sagen. Drücken wir jetzt die Unschalt im Wasser. Aktuell gibt's ja noch keinen Durchgang. Möchten sie auftauen? Okay, das ist die gleiche Steuerung wie... ... die Dings tatsächlich. Gefahr ist, wie komm ich jetzt hier wieder raus? Gar nicht. Dann muss ich hier doch irgendwo lang. Ach, da hinten. Was ist da? Oh, ein Fisch. Wollte ich mal schon sagen. Ach, möchtest du mir einen Weg weisen? Das ist aber nett von dir. Taucht Lara nicht rechtzeitig aus, sinkt ihre Sauerstoffanzeige auf null. Okay. Gehen wir hin. Okay, das sagte ich und dann... Alles gut, du lebst noch. Alles gut Lara. Ich hätte auftauchen sollen zwischendrin, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, komm raus. Alles gut. Jetzt sind wir so ein bisschen die Häute. Aber schön gemacht, muss man wirklich mal sagen. Auch wenn's ein bisschen buggy ist gerade. Zumindest... Meine Version, weiß ich nicht, ist einfach die ganz normale CD-Version, die ich hier installiert habe. Ich weiß nicht, ob's da einfach, äh, zwischendrin noch... ...ja, vielleicht irgendein Patch gab, wo das alles ein bisschen... ...ja, wo das alles ein bisschen, äh... ...gefixt wurde. Ja, hier können wir schön die Türen öffnen, das ist ja auch alles fein. Da haben wir jetzt hier... ...ja, greifen und schieben. Ja, schön mit dem... ...ja, mumifizierten Körper da drin. Das ist wirklich müdevoll. Aber da haben wir hier noch ein Medikit. Medikits kann man immer mitnehmen. Jetzt müssen wir uns nur orientieren. Ist auf jeden Fall alles schon mal ein bisschen offener als die anderen Sachen. So, jetzt haben wir hier Schrotflinten-Munition. Nice. Und... ...Dorfschlüssel. Ja, das ist kein Stadtschlüssel, das ist der Dorfschlüssel, ja. Das ist wahrscheinlich auch so ein Dorfmeister, der hatte einfach nur diesen einen Schlüssel. Und wenn der das Tron nicht aufgeschlossen hat, dann... ...ging es halt nicht ins Dorf rein. Pech gehabt, ne. Ich nehme mal an... ...da, ne... ...dieses riesiges Schlüsselloch. Da kommt der rein. Achja. Na komm mal her. Wo bist du? Ja, ja, ja. So, du auch noch. Ja, ja, komm. Die Gegend rutschen, du mal. Das ist eine... ...Rutsch-Potty, ey. Die... ...bämst du hier durch die Gegend? Okay, das habe ich jetzt verkackt. Äh... Okay, der Glitch hat mich jetzt gerade ein bisschen gerettet, tatsächlich. Ja, das sieht aber gut aus hier. Das ist ja schön. Also, natürlich wenig einladen mit den ganzen toten Köpfen und diese verschrubbelten, ne. ...Dingern da, die die ganze Zeit hier... ...die versuchen wollen abzuhalten, aber... ...lade halt nix ab. Die freut sich einer über diese ganze... ...über diese ganzen Todesfallen, ne. Ich bin noch kurz um, ob es hier noch irgendwas auf dem Boden gibt. Ja, weißt du? Medikit, gut, dass ich noch mal geschaut habe. Sicher ist da sicher. Sicher ist da sicher. Wollen wir uns mal wieder ans Land begeben. Oder an Land begeben, generell. Ans Land begeben. Über so dezente Sprachstörungen irgendwie. Jetzt gleich frockelt hier was ab, oder? Nicht? Wollen wir froh sein, dass ja alles noch so fest ist. So einfach nach da springen, ja. Sie macht es, das ist ja schon mal gut. Soll es denn noch weiter nach oben gehen? Ja, wahrscheinlich, aber jetzt müssen wir erstmal hier durch, ne. Ach, okay. Also immer so einen kleinen Treppenabschnitt nehmen. Oder so einen kleinen Rampenabschnitt. Und dann geht es weiter nach oben. Ah, okay. Ich dachte, die eskalieren ein bisschen mehr, aber... ...das hat sich ja mal in Grenzen gehalten. Aber gut, dass da unten noch Wasser ist, ne. Wir werden immer überall aufgefangen. Bis jetzt, ne. Das muss ja nicht ewig so bleiben. So ist das da ein Ding, wo ich mich dran festhalten kann. Ich hoffe. Nein, aber... Ich kann hier beruhigt landen, ohne gleich zu sterben. Das ist schon mal... ... ganz gut. Warte mal. Ah, nee, 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 nee. Da geht es ja einfach wieder nach unten. Das will ich ja nicht. Ich bin den Weg doch jetzt nicht umsonst nach oben gekrochen, oder? Äh, gekrabbelt. Gekrochen bin ich nicht, aber... Da passiert was, wenn ich mich daran festhalte? Nö. Gut, das war wohl nix, ne. Satz mit X, das war wohl nix. Dann müssen wir... ...noch mal nach oben klettern. Es war ja ein Versuch wert, ne. Das muss doch mal so sein. Man muss es ja nicht immer... ... ganz negativ sehen. So. So, nee, die kann nochmal nach oben krabbeln, aber... ... wahrscheinlich müssen wir es da schon irgendwo festhalten, oder? Also... ... einfach nur jetzt runterfallen ist, glaube ich, keine Option. Ja, genau, glitschere ich mal ja durch die Gegend. Ihr macht das schon. Ja, diesen Pfahl da festhalten, also nicht links da, aber ich dachte an diesem Holz... ...Stab da links, könnte ich mich festhalten. Ist scheinbar nicht so. Dann hier... Aha, hier, das stimmt schon. Na gut, jetzt. Ja, gut. Und der gleiche Spaß nochmal auf der anderen Seite. Naja, gut. Ja, es ist manchmal nicht so einfach zu erkennen, wo man sich festhalten kann, wo nicht. Ist jetzt ja nicht so schwer. Jetzt haben wir uns ja genau das gleiche, halt nur spiegelverkehrt. Ja, ein bisschen andere Kletterreihenfolge. Aber... ... ansonsten ist jetzt nix wildes, oder? Muss man behaupten. So. Bam. Das Lara hat es überhaupt geschafft, ey. Die müssen doch so die Arme auskugeln, ja. Wenn die so weit springen, so weit nach unten springen, sie da einfach festhält und da abrupt... ... reißt es sich einfach die Arme ab, ne. Ich hoffe, dass wir noch keinen Sabato-Stein hatten, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt... ... war Sabato nicht mehr dabei, ja. Erschwörungstheorie, ne. So, jetzt. Bulgabamba. Öffne das Dorf. Öffne die Tore. Oh, die Musik, ne. Auch so ein bisschen klassische Musik geremixt. Ja, nice. Aber mir gefällt auch, ehrlich gesagt, so der klassische Look bis jetzt. Also so von dem Feeling her, es ist sehr, sehr klassisch, ne. Sehr verlassen alles, halt diese alten Gruften und so. Die Musik ist geremixt, ja. Also es ist schon... ... echt, ja, also... ... macht einen sehr guten Eindruck, muss man ehrlich mal sagen. Abgesehen von den Bugs, aber naja, gut. Über die Bugs kann ich einen wechseln. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass irgendwie die Version zu alt ist oder so. Keine Ahnung. So. Da unten will ich jetzt auch wieder hin, wenn da was rumliegt, ne. Ja, komm her. Ich seh dich doch schon. Naja. Das mit den Kopfschüssen müssen wir noch üben. Das klappt nicht so ganz, ne. Naja. Das... Das klappt nicht so ganz, aber... Naja. Übung macht die Lara, ne. So. Ja, jetzt muss man das einfach mal hinten schieben. Dann muss er wieder hochklettern. Potenziell, äh... ... wenn er denn mitkommen möchte. Ja, ich glaub, der hat eh kein Problem damit, also... ... wenn ich ihn hier in die Gegend schiebe. Ich glaub, der hat den Punkt, äh... ... schon längst überwunden, wo er sich gegen Sachen wehren kann, ne. So tot und mumifiziert, wie der ist. So. Runterrutschen. Diesmal rutsch ich auch viel schneller runter als in Legend, ne. Da war es immer sehr... ... war eine sehr langsame Rutschspartier. Und jetzt kann ich mich auf diesen Balken da... ... auf vertikalen Strukturen kann ich balancieren. Das sieht sehr gefährlich aus. Kann man überhaupt wirklich, jetzt mal ehrlich... ... kann man... ... sicher auf so'n Nippel da landen? Geht das überhaupt? Ich meine... ... bestimmt geht's da, aber es ist keine Ahnung. Also... Ich meine, es gibt ja Leute, die richtig krass Parcours können, ja. Oder so Parcours... ... Dinger da laufen können. Also... ... mit dir wird das wahrscheinlich kein Problem sein, ja. Hätte mir irgendwie... ... ist was zum... ... hinspringen. Ja, es ist... ... ich vermute es immer. Also manchmal sehe ich es halt gar nicht. Aber... Ich will erstmal auf den Nippel landen. So. Von da wäre ich ja... Ah ne, hier geht's weiter. Das ist schon richtig. Ich dachte, ich müsste in die andere Richtung, aber nein. Einfach dem Gang folgen. Immer schön dem Schlauch folgen, ne. ... ... ... Ah ja, du musst sagen... ... und die Level sind auch sehr kurz und knackig. Also... ... ... was ich jetzt nicht schlimm finde, sonst nicht. Aber ich sag mal... ... äh... ... ja, jetzt so 32 Minuten. Das Level davor, aber... ... 18 Minuten nur. Also... ... wir kommen ja doch ganz gut voran. Muss man mal ehrlich sagen, ne. Wortschritt speichern. Ja bitte. Also... ... Lara überschreiben bitte. Ja, danke. Okay. Ah ja jetzt hier... ... das ist doch das wunderschöne... ... ja... ... das ist ja Zahnrad-Rätsel. Kennen wir auch noch. So. Da liegt schon jetzt erstes Zahnrad rum. Das ist... Das war einfach. Ja. Lara nicht sterben. N Los! Es sind auch nur gefährliche... Gefährliche Raubtiere. Ja, nehmen wir das erste Ding auf. Fahrrad. So, drei, vier Stück muss ich finden. Das heißt, wir dürfen gleich wieder eine sehr, sehr klassische Überraschung abbekommen in dem Level. Übrigens, ja, Klamotten werden dreckig, oder? Kommt mir das so vor. Irgendwie auf ihrer linken Brust ist irgendwie ein bisschen dreckig. Weiß ich nicht. Also, wenn ich mir das nur einbilde. So, wollen wir doch mal hier hingucken. Da ist doch was Schönes. Ja, ja, da ist was, aber das Spiel will ich da noch nicht hinlassen. Wie ich es doch sehen kann, warum willst du mich nicht durchlassen? Nein, nicht. Ich schwung mal da unten durch. Wenn ich denn da durchkomme, hoffentlich. Ja, natürlich. Ist es ein Sekret? Bin ich auf Sekretsuche? Ja, ja. Ja, es ist ein Sekret. Ach ja, Medikit. Also, ja, toll, Medikit ist ja super eigentlich. Ich meine, Medikit brauchen wir in dieser Welt. Viel mehr. Stimmt klar, ist ja schweigsam, muss man sagen. Aber ist vielleicht auch gar nicht, ja, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich mag ja so diese Stille, muss ich sagen. So dieses etwas bedrückendere Spielgefühl, nennen wir es mal so. Ich meine, Lara kann ja immer noch genug sein in den Zwischensequenzen. Da gibt es ja noch einiges, was ich sagen kann. Gehen Sie, was? Ah, zur Leiter. Ja, gut, ich kann auch zur Leiter gehen. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen, also danke dafür. Ja, aber schön, also ihre Kleidung scheint sich wirklich zu verändern, je nachdem, welchen, ja, Umgebungseffekten sie gerade ausgeliefert wurde. Von wegen, jetzt kommt sie gerade aus dem Wasser, dementsprechend ist sie feucht. So, wenn sie sich irgendwie hier da, weiß ich nicht, flach legt auf dem dreckigen Boden, scheinen ihre Klamotten auch dreckig zur Seite. Was ja ganz cool ist, ne, das ist so ein kleines nettes Detail. Gefällt mir. Dass ich hier nicht wei- Nee, komm, das ist Quatsch, da komme ich nicht weiter. Dahinspringen bringt mir auch nichts, oder? Ja, siehste. Ach, Zahnrad. Ach, wow. Okay. Dann müssen wir das Getriebe so ein bisschen, ne, um zu zeigen, wie das funktioniert. Ja, später kommt dann wahrscheinlich noch das, äh, ja, diese Stelle, wo wir drei Zahnräder einsetzen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur das Perfekt abteilen. Und jetzt, würde ich sagen. Und jetzt, ja, sehr schön. Hier zum Beispiel, wir sehen, blöde Zahnrad fehlt. Das heißt, wir können auch hier das Ding nicht aktivieren. Na ja, der Nippel, da bewegt sich, der Stab, aber ohne Zahnrad. Und ohne Zahnrad wird das ja nichts, ne. Lassen wir uns fallen. Was wahrscheinlich auf dem Weg keine gute Idee war. Deswegen lasse ich mich nochmal fallen, um zu sterben. Also zugeleid, dass ich das jetzt auch mal mache mit dem Sterben, aber das ist halt die einzige Möglichkeit, wie ich ein bisschen Minikiss sparen kann. Ich wollte den schnellen Weg gehen, naja. Tut mir leid, Lara. Aber du hast ja eh, gefühlt, 20.000 Leben, also. Gut. Ne, 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 wir gehen, ich weiß, du bist ein bisschen, ja, du bist ein bisschen empfindlicher, was Fallschaden betrifft. Sagt er, ließ sie einfach fallen, aber gut, diesmal hat es nichts ausgemacht. Wir werden mal da hochklettern. Das sieht doch alles sehr gut bekletterbar aus, ne. Aber schön interpretiert, muss ich sagen. Sehr, sehr schön interpretiert, also. Das fügt sich sehr gut tatsächlich auch ein mit der neuen, ja, der neuen Steuerung und alles. Jetzt frage ich mich natürlich, was wäre gewesen, wenn auch die anderen Teile mit dieser Steuerung, mit dieser Spielmechanik gemacht wären, ne, oder wenn man die programmiert hätte. Deswegen, also was ich euch empfehlen kann, guckt euch mal an Dagger of Xiong. Ne, das war mal ein Fanprojekt, was nie beendet wurde, aber zumindest gab es das erste Level als Demo, ne, die große Mauer, was ich auch auf meinem Kanal gespielt habe. Schleichwerbung, ja, aber es passt ja zum Thema. Ähm, und das war fantastisch, also. Das ist immer ärgerlich, wenn man solche genialen Spielprojekte sieht und denkt, Wahnsinn. Also, was, was es werden könnte, aber dann wird es ja noch nie was, wegen fehlenden Ressourcen, ne, und ich meine, man muss auch mal so sehen, das sind halt Fanprojekte. Das werden halt von, ja, die werden halt von 1, 2 Leuten oder so ein kleines Team gemacht, wenn es hochkommt. Ja, meistens wird da nicht viel draus, leider. Wie es auch leider bei Return of the Tentacle der Fall war, ne, das inoffizielle Fan, also die inoffizielle Fanfortsetzung von Day of the Tentacle. Auch sehr, sehr schade, muss man ehrlich mal sagen, aber. Naja, so ist das aber mit manchen Fan-Games. Manche kommen halt bis zum Ende durch und manche erblicken leider nie das Tageslicht, ne. Zerstörbare Objekte, so zum Beispiel. Einfach mal hier alte, wertvolle Sachen zerstören. Das kann Lara am besten, ne. So, der Magnethaken macht auf jeden Fall schon mal sehr viel Spaß. Also ich finde auch gut, dass man hier wieder, ja, diese ganzen großen, langen Sprung- und Kletterpassagen hat, die finde ich immer sehr spaßig. Also das macht einfach, ich weiß nicht, es hat einfach was an solchen großen, ja, Gebilden hochzuklettern. Das hat mir damals schon bei Prince of Persia Spaß gemacht, ja. Ein bisschen so teilweise von Moveset erinnert mich das sehr stark daran. Ah ja, hier, hier haben wir es doch, ne. Oder hier haben wir es noch nicht. Ihhh, stopp. Genau, glitscht euch mal irgendwie weg aus meinem Leben. Dankeschön. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen näher hier in die Mitte und scha- Ne, warte, ne, das ist weit weg. Ne, ne, ne. Wir wollen kein Risiko eingehen. Kein Risiko. Jetzt, jetzt, jetzt. Perfekt. Perfekt. So, einfach rum da. Und da, so. Jetzt sind wir schon mal hier oben. Ne, das ist fein. Ich denke mal, die ganzen Zahnräder, wo auch immer das jetzt ist, keine Ahnung, aber die ganzen Zahnräder werden wir mehr oder weniger einfach, boah, bleiben wir einfach in die Hände. Hoff ich. Jetzt sind wir ein bisschen taktisch hier vorgegangen. Erstmal gucken, hier. Hier fallen lassen. Ja, gut. Dann auf die andere Seite vielleicht, ne. Okay. Sieht gut aus. Ist das... Ne. Lauf ich gerade im Kreis, oder... Ich lauf gerade im Kreis, glaube ich. Hier war... Da hab ich doch gerade lang geschwungen. Ist das doch jetzt nichts Neues? Naja, wow. Man merkt schon, ne. Meine Orientierung... Kickt wieder ja. Meine tolle Orientierung. Das ist großartig. Auch da kann ich das abschließen, oder? Also... Okay, ist das ja einfach eine Abkürzung, dass ich mich da hinschwingen kann? Oder ist das größenwahnsinnig? Das anzunehmen. Das ist größenwahnsinnig, das anzunehmen, weil ich da hinten... Nein! Never ever! Never ever! Ne. Ist schon richtig hier. Ich muss mich schon da hinschwingen, oder so. Erschwing dich, Lara. Alles gut. Ist schon richtig so. Also, wir müssen uns jetzt nicht da runter lassen. Wir müssen da irgendwie... Nein, in diesem Gebilde, da in diesem Holzfallgebilde... ...irgendwie nach oben begeben, oder so. Irgendwas in der Richtung.